Herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussionsrunde zum hochaktuellen Thema Autonome Fahrzeuge – Auf dem Weg in die Zukunft. Wir haben heute zwei hochkarätige Experten bei uns, Herr Prof. Klaus Wagner, Experte für künstliche Intelligenz und Informatik, und Frau Dr. Anna Becker, leitende Ingenieurin im Bereich autonome Fahrsysteme bei einem führenden Automobilhersteller. Herzlich willkommen! Vielen Dank, Herr Steinberg. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Herr Prof. Wagner, beginnen wir vielleicht mit einer grundlegenden Frage. Was genau verstehen wir unter autonomen Fahrzeugen und wo stehen wir aktuell in der Entwicklung? Autonome Fahrzeuge oder auch fahrerlose Fahrzeuge genannt, sind im Grunde genommen Fahrzeuge, die in der Lage sind, sich ohne menschliches Zutun im Straßenverkehr zu bewegen. Wir sprechen hier von verschiedenen Automatisierungsgraden, von assistiertem Fahren bis hin zum vollautonomen Fahren, bei dem der Mensch überhaupt nicht mehr eingreifen muss. Aktuell befinden wir uns in einer Übergangsphase. Viele Fahrzeuge verfügen bereits über Assistenzsysteme wie Spurhalteassistenten oder Notbremsassistenten. Die Entwicklung hin zum vollautonomen Fahren ist jedoch komplex und erfordert enorme Fortschritte in Bereichen wie Sensorik, künstliche Intelligenz und Softwareentwicklung. Frau Dr. Becker, wie sieht die Realität in der Automobilindustrie aus? Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Entwicklung und Implementierung autonomer Fahrzeuge? Die Automobilindustrie investiert massiv in die Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Wir stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Technisch gesehen sind die größten Hürden die Entwicklung zuverlässiger und robuster Systeme, die in der Lage sind, komplexe Verkehrssituationen sicher zu meistern, insbesondere bei schlechten Wetterbedingungen oder in unübersichtlichem Gelände. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Datensicherheit und der Schutz der Privatsphäre. Autonome Fahrzeuge sammeln riesige Mengen an Daten. Wir müssen sicherstellen, dass diese Daten geschützt sind und nicht missbraucht werden können. Und natürlich spielt auch die Regulierung eine entscheidende Rolle. Wir brauchen klare gesetzliche Rahmenbedingungen, die die Sicherheit und den Einsatz von autonomen Fahrzeugen regeln. Herr Professor Wagner, welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge? Eine zentrale Rolle. Künstliche Intelligenz, insbesondere maschinelles Lernen, ist das Herzstück autonomer Fahrsysteme. Die Fahrzeuge müssen in der Lage sein, ihre Umgebung wahrzunehmen, zu interpretieren und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Das erfordert ausgeklügelte Algorithmen, die in der Lage sind, Muster zu erkennen, zu lernen und sich an neue Situationen anzupassen. Neuronale Netze spielen hier eine besonders wichtige Rolle. Sie ermöglichen es den Fahrzeugen, komplexe Aufgaben wie die Erkennung von Fußgängern, Radfahrern oder anderen Fahrzeugen zu bewältigen. Frau Dr. Becker, wie sieht die Zusammenarbeit zwischen der Forschung und der Industrie in diesem Bereich aus? Die Zusammenarbeit ist essentiell. Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge ist ein interdisziplinäres Feld, das Expertise aus verschiedenen Bereichen erfordert. Von der Informatik über die Ingenieurwissenschaften bis hin zur Psychologie und den Rechtswissenschaften. Wir arbeiten eng mit Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen, um die neuesten Erkenntnisse in unsere Entwicklungsprozesse zu integrieren. Es gibt auch zahlreiche Kooperationen zwischen verschiedenen Unternehmen, um gemeinsam an der Entwicklung von Standards und Technologien zu arbeiten. Ein oft diskutierter Punkt ist die ethische Dimension des autonomen Fahrens. Herr Professor Wagner, wie können wir sicherstellen, dass autonome Fahrzeuge ethisch korrekte Entscheidungen treffen, insbesondere in unfallvermeidbaren Situationen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir stehen hier vor komplexen ethischen Dilemmata. Nehmen wir das Beispiel eines Unfalls, bei dem ein autonomes Fahrzeug entscheiden muss, ob es den Fahrer oder eine Gruppe von Fußgängern schützen soll. Solche Entscheidungen sind ethisch schwer zu fällen. Es gibt keine einfachen Antworten. Wir müssen uns intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen und versuchen, ethische Richtlinien für die Entwicklung und Programmierung autonomer Fahrzeuge zu entwickeln. Dabei müssen wir auch die gesellschaftlichen Werte und Normen berücksichtigen. Frau Dr. Becker, wie sehen Sie die Zukunft des autonomen Fahrens? Wann werden wir vollautonome Fahrzeuge auf unseren Straßen sehen? Ich bin davon überzeugt, dass autonomes Fahren die Zukunft der Mobilität sein wird. Es wird das Potenzial haben, den Straßenverkehr sicherer, effizienter und komfortabler zu machen. Wann wir vollautonome Fahrzeuge auf unseren Straßen sehen werden, ist schwer zu sagen. Es hängt von vielen Faktoren ab. Von den technologischen Fortschritten über die regulatorischen Rahmenbedingungen bis hin zur Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren weitere Fortschritte in der Entwicklung sehen werden und dass wir uns Schritt für Schritt dem Ziel des vollautonomen Fahrens nähern werden. Es wird ein evolutionärer Prozess sein, kein revolutionärer. Herr Professor Wagner, welche Auswirkungen wird das autonome Fahren auf unsere Gesellschaft haben? Die Auswirkungen werden enorm sein. Autonomes Fahren wird nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir uns fortbewegen, sondern auch viele andere Bereiche unseres Lebens beeinflussen, von der Stadtplanung über die Logistik bis hin zur Arbeitswelt. Es wird neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen entstehen lassen. Gleichzeitig müssen wir uns auch mit den potenziellen negativen Auswirkungen auseinandersetzen, wie beispielsweise dem Verlust von Arbeitsplätzen im Transportsektor. Es ist wichtig, dass wir uns frühzeitig mit diesen Fragen beschäftigen und Strategien entwickeln, um die positiven Auswirkungen zu maximieren und die negativen zu minimieren. Herr Professor Wagner, vielen Dank für Ihre Einblicke. Frau Dr. Becker, auch Ihnen herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Gern geschehen. Vielen Dank, Herr Steinberg. Meine Damen und Herren, das war unsere heutige Diskussionsrunde zum Thema Autonome Fahrzeuge auf dem Weg in die Zukunft. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen interessanten Einblick in dieses spannende und zukunftsweisende Thema geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ausdruck 1 Fahrerlos Bedeutung Ohne Fahrer, automatisch gesteuert Beispielsätze In der Zukunft könnten fahrerlose Taxis zum Alltag gehören. Die Entwicklung fahrerloser Transportsysteme ist ein wichtiger Schritt in Richtung automatisierter Logistik. Ausdruck 2 Übergangsphase Bedeutung Zeitabschnitt der Veränderung Beispielsätze Wir befinden uns in einer Übergangsphase, in der neue Technologien auf traditionelle treffen. Die Energiewende ist eine große Herausforderung, die eine lange Übergangsphase erfordern wird. Ausdruck 3 Unübersichtlich Bedeutung Nicht klar, nicht leicht zu überblicken. Beispielsätze In unübersichtlichen Verkehrssituationen müssen autonome Fahrzeuge schnell und sicher reagieren können. Die aktuelle politische Lage ist sehr unübersichtlich. Ausdruck 4 Missbrauchen Bedeutung In unzulässiger Weise verwenden. Beispielsätze Wir müssen sicherstellen, dass persönliche Daten nicht missbraucht werden. Das Vertrauen der Kunden wird missbraucht, wenn Unternehmen falsche Versprechungen machen. Ausdruck 5 Ausgeklügelt Bedeutung Raffiniert Durchdacht Intelligent Beispielsätze Autonome Fahrzeuge nutzen ausgeklügelte Algorithmen, um ihre Umgebung wahrzunehmen und zu interpretieren. Der Dieb hatte einen ausgeklügelten Plan, um den Tresor zu öffnen. Ausdruck 6 Essentiell Bedeutung Wesentlich Unentbehrlich Beispielsätze Die Zusammenarbeit Die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie ist essentiell für den Erfolg der Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Eine ausgewogene Ernährung ist essentiell für eine gute Gesundheit. Ausdruck 7 Interdisziplinär Bedeutung Verschiedene Fachbereiche umfassend Beispielsätze Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge ist ein interdisziplinäres Feld, das Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt. Die Lösung komplexer Probleme erfordert oft einen interdisziplinären Ansatz. Ausdruck 8 Unfallvermeidbar Bedeutung Nicht zu vermeiden Beispielsätze In unfallvermeidbaren Situationen müssen autonome Fahrzeuge Entscheidungen treffen, die möglicherweise negative Konsequenzen haben. Es ist wichtig, sich auf unfallvermeidbare Ereignisse vorzubereiten. Ausdruck 9 Evolutionärer Prozess Bedeutung Schrittweise Entwicklung Beispielsätze Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge ist ein evolutionärer Prozess, der Zeit und kontinuierliche Forschung erfordert. Die Evolutionstheorie beschreibt die Entwicklung des Lebens als einen evolutionären Prozess. Ausdruck 10 Akzeptanz Bedeutung Annahme Zustimmung Beispielsätze Die Akzeptanz Autonomer Fahrzeuge in der Bevölkerung ist ein wichtiger Faktor für ihren Erfolg. Das neue Gesetz hat in der Bevölkerung nur wenig Akzeptanz gefunden. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussionsrunde zum hochaktuellen Thema Autonome Fahrzeuge Autonome Fahrzeuge Auf dem Weg in die Zukunft. Wir haben heute zwei hochkarätige Experten bei uns. Herr Professor Klaus Wagner, Experte für künstliche Intelligenz und Informatik und Frau Dr. Anna Becker, leitende Ingenieurin im Bereich Autonome Fahrsysteme bei einem führenden Automobilhersteller. Herzlich willkommen! Vielen Dank, Herr Steinberg. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Wagner, beginnen wir vielleicht mit einer grundlegenden Frage. Was genau verstehen wir unter autonomen Fahrzeugen und wo stehen wir aktuell in der Entwicklung? Autonome Fahrzeuge oder auch fahrerlose Fahrzeuge genannt, sind im Grunde genommen Fahrzeuge, die in der Lage sind, sich ohne menschliches Zutun im Straßenverkehr zu bewegen. Wir sprechen hier von verschiedenen Automatisierungsgraden, von assistiertem Fahren bis hin zum vollautonomen Fahren, bei dem der Mensch überhaupt nicht mehr eingreifen muss. Aktuell befinden wir uns in einer Übergangsphase. Viele Fahrzeuge verfügen bereits über Assistenzsysteme wie Spurhalteassistenten oder Notbremsassistenten. Die Entwicklung hin zum vollautonomen Fahren ist jedoch komplex und erfordert enorme Fortschritte in Bereichen wie Sensorik, künstliche Intelligenz und Softwareentwicklung. Frau Dr. Becker, wie sieht die Realität in der Automobilindustrie aus? Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Entwicklung und Implementierung autonomer Fahrzeuge? Die Automobilindustrie investiert massiv in die Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Wir stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Technisch gesehen sind die größten Hürden die Entwicklung zuverlässiger und robuster Systeme, die in der Lage sind, komplexe Verkehrssituationen sicher zu meistern, insbesondere bei schlechten Wetterbedingungen oder in unübersichtlichem Gelände. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Datensicherheit und der Schutz der Privatsphäre. Autonome Fahrzeuge sammeln riesige Mengen an Daten. Wir müssen sicherstellen, dass diese Daten geschützt sind und nicht missbraucht werden können. Und natürlich spielt auch die Regulierung eine entscheidende Rolle. Wir brauchen klare gesetzliche Rahmenbedingungen, die die Sicherheit und den Einsatz von autonomen Fahrzeugen regeln. Herr Prof. Wagner, welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge? Eine zentrale Rolle. Künstliche Intelligenz, insbesondere maschinelles Lernen, ist das Herzstück autonomer Fahrsysteme. Die Fahrzeuge müssen in der Lage sein, ihre Umgebung wahrzunehmen, zu interpretieren und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Das erfordert ausgeklügelte Algorithmen, die in der Lage sind, Muster zu erkennen, zu lernen und sich an neue Situationen anzupassen. Neuronale Netze spielen hier eine besonders wichtige Rolle. Sie ermöglichen es den Fahrzeugen, komplexe Aufgaben wie die Erkennung von Fußgängern, Radfahrern oder anderen Fahrzeugen zu bewältigen. Frau Dr. Becker, wie sieht die Zusammenarbeit zwischen der Forschung und der Industrie in diesem Bereich aus? Die Zusammenarbeit ist essentiell. Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge ist ein interdisziplinäres Feld, das Expertise aus verschiedenen Bereichen erfordert. Von der Informatik über die Ingenieurwissenschaften bis hin zur Psychologie und den Rechtswissenschaften. Wir arbeiten eng mit Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen, um die neuesten Erkenntnisse in unsere Entwicklungsprozesse zu integrieren. Es gibt auch zahlreiche Kooperationen zwischen verschiedenen Unternehmen, um gemeinsam an der Entwicklung von Standards und Technologien zu arbeiten. Ein oft diskutierter Punkt ist die ethische Dimension des autonomen Fahrens. Herr Professor Wagner, wie können wir sicherstellen, dass autonome Fahrzeuge ethisch korrekte Entscheidungen treffen, insbesondere in unfallvermeidbaren Situationen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir stehen hier vor komplexen ethischen Dilemmata. Nehmen wir das Beispiel eines Unfalls, bei dem ein autonomes Fahrzeug entscheiden muss, ob es den Fahrer oder eine Gruppe von Fußgängern schützen soll. Solche Entscheidungen sind ethisch schwer zu fällen. Es gibt keine einfachen Antworten. Wir müssen uns intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen und versuchen, ethische Richtlinien für die Entwicklung und Programmierung autonomer Fahrzeuge zu entwickeln. Dabei müssen wir auch die gesellschaftlichen Werte und Normen berücksichtigen. Frau Dr. Becker, wie sehen Sie die Zukunft des autonomen Fahrens? Wann werden wir vollautonome Fahrzeuge auf unseren Straßen sehen? Ich bin davon überzeugt, dass autonomes Fahren die Zukunft der Mobilität sein wird. Es wird das Potenzial haben, den Straßenverkehr sicherer, effizienter und komfortabler zu machen. Wann wir vollautonome Fahrzeuge auf unseren Straßen sehen werden, ist schwer zu sagen. Es hängt von vielen Faktoren ab. Von den technologischen Fortschritten über die regulatorischen Rahmenbedingungen bis hin zur Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren weitere Fortschritte in der Entwicklung sehen werden und dass wir uns Schritt für Schritt dem Ziel des vollautonomen Fahrens nähern werden. Es wird ein evolutionärer Prozess sein, kein revolutionärer. Herr Professor Wagner, welche Auswirkungen wird das autonome Fahren auf unsere Gesellschaft haben? Die Auswirkungen werden enorm sein. Autonomes Fahren wird nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir uns fortbewegen, sondern auch viele andere Bereiche unseres Lebens beeinflussen, von der Stadtplanung über die Logistik bis hin zur Arbeitswelt. Es wird neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen entstehen lassen. Gleichzeitig müssen wir uns auch mit den potenziellen negativen Auswirkungen auseinandersetzen, wie beispielsweise dem Verlust von Arbeitsplätzen im Transportsektor. Es ist wichtig, dass wir uns frühzeitig mit diesen Fragen beschäftigen und Strategien entwickeln, um die positiven Auswirkungen zu maximieren und die negativen zu minimieren. Herr Professor Wagner, vielen Dank für Ihre Einblicke. Frau Dr. Becker, auch Ihnen herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Gern geschehen. Vielen Dank, Herr Steinberg. Meine Damen und Herren, das war unsere heutige Diskussionsrunde zum Thema Autonome Fahrzeuge auf dem Weg in die Zukunft. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen interessanten Einblick in dieses spannende und zukunftsweisende Thema geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020